Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem SmartLights YouTube-Kanal. Das hier ist das WIS Lichtsystem. Hat ähnliche Produkte wie das Philips Hue Lichtsystem, aber einen entscheidenden Unterschied. Was das genau ist, das zeige ich euch im Video. In diesem Video soll es um WIS Connected gehen. WIS Connected ist ja eine relativ unbekannte Firma, wurde 2016 in WIS Connected umbenannt. Seit 2019 hat der Weltmarktführer Signify die Hände mit im Spiel. Signify ist ja auch von Philips Hue bekannt und Philips Hue ist ja, sage ich mal, das größte smarte Lichtsystem. Signify hätte so gesehen mit diesen WIS Connected Leuchtmitteln auch WLAN-Lampen im Sortiment. Und das ist auch der größte Unterschied zu den normalen Philips Hue Leuchtmitteln. WIS Connected arbeitet mit WLAN, benötigt nur euren Router und damit werden die Lampen verbunden. Und Philips Hue arbeitet ja mit der Philips Hue Bridge und diese ist dann mit dem Router verbunden. Allerdings muss man immer sagen, dass Philips Hue ein bisschen mehr Möglichkeiten mit sich bringt. Die Preise sind dafür auch ein bisschen angehobener als jetzt hier bei dem WIS System. Aber in der Regel sind hier von den Produkten kaum Unterschiede zu erkennen. Jedes Lichtsystem hat so ein bisschen die eigene Produktserie, sage ich mal. WIS Connected wird sicherlich nicht die gleichen 1 zu 1, die gleichen Produkte haben wie Philips Hue. Klar, von der Grundidee schon. Natürlich gibt es ja auch einen Lightstrip, eine Filamentlampe. Aber die Designer sind natürlich ein bisschen unterschiedlich, die Produktentwickler. Das heißt, die Filamentlampe bei WIS kann zum Beispiel ein bisschen anders aussehen als bei Philips Hue. Und dadurch, dass die Übernahme jetzt auch erst seit knapp zwei Jahren durch ist, wird man sicherlich noch nicht so die gleichen Produkte im Sortiment finden, wie es bei Philips Hue der Fall ist. Zudem hat Philips Hue auch den Vorteil, da gibt es Gradient-Produkte, da gibt es Third-Party-Apps, die halt iConnect Hue, Hue Essentials zum Beispiel, die damit gesteuert werden können. Also über die gesteuert werden können. Da gibt es auch noch Friends of Who-Schalter, das Wandschalter-Modul und, und, und. Das heißt, wenn ihr noch gar kein Lichtsystem zu Hause habt, dann schaut euch auf jeden Fall auch das Philips Hue Lichtsystem an. In der Regel hängt es auch mal ein bisschen von den eigenen Belieben ab. Ich könnte mir genauso gut vorstellen, hier auf das WIS-System einfach anzusetzen oder zu sagen, was auf, ich nehme noch Philips Hue. Das ist halt mal ein bisschen von der eigenen Idee und auch vom Anwendungsbereich so ein bisschen abhängig. Was gibt es für Produkte von WIS? Die habe ich hier schon stehen, das ist nur ein kleiner Bruchteil davon. In der Regel gibt es natürlich noch ein bisschen mehr. Aber so die Klassiker wie ein Lightstrip zum Beispiel, hier ein Bewährungsmelder, gibt es auch bei Philips Hue. Da gibt es hier noch eine E14-Filament, übrigens vor Philips Hue gab es hier schon bei WIS eine E14-Filamentlampe. Eine E27 in White Ambience, eine Filamentlampe mit weißem Klarglas, dann ein Smart Plug gibt es natürlich auch. Und ihr seht schon, hier gibt es noch einiges mehr, auch eine Fernbedienung. Was ich auf jeden Fall noch kurz sagen möchte, also euch zeigen möchte und nicht, bevor ich das vergesse, von WIS gibt es zum Beispiel auch ganz exotische Produkte, wie hier diese XXL-Filamentlampe. Die gibt es bisher noch von keinem anderen Hersteller, zumindest kenne ich das nicht. Und WIS ist so gesehen auch dafür dann ein bisschen bekannt, ein bisschen experimentellere Sachen hier zu machen. Wenn ihr seht, wenn ich die so in die Kamera halte, ist das schon eine richtig, richtig große Lampe. Funktioniert genauso mit der WIS-App oder mit der Fernbedienung, wird dann einfach in den Sockel geschraubt und dann habt ihr hier einen relativ coolen Effekt. Hat eine Helligkeit von 390 Lumen, verbraucht 25 Watt, also alles noch im grünen Bereich. Und ich denke mal, dass man mit so einem Ding auf jeden Fall ordentlich Eindruck machen kann. Ja, ich denke mal, dass ihr euch auch interessiert, wie sieht diese Lampe hier im eingeschalteten Zustand aus und wie funktioniert die App an sich. Ich versuche das Video natürlich relativ kurz zu halten und deswegen werde ich jetzt zwei Produkte auspacken und hier aufbauen und dann zeige ich euch, wie diese dann in Aktion aussehen. Ich zeige euch jetzt, wie die Lampen im eingeschalteten Zustand aussehen und wie ihr diese auch in der WIS-Connected-App hinzufügt. Die App steht euch für iOS und Android zur Verfügung. Ich nutze hier ein iPhone, also es spielt eigentlich keine Rolle, welches Smartphone ihr benutzt. Ihr müsst beim ersten Start einmal kurz euer Zuhause anlegen und dann einen entsprechenden Raum. Ich habe jetzt hier das Zuhause und hier mein Wohnzimmer und wenn ihr jetzt eine Lampe hinzufügt, dann muss auf jeden Fall Bluetooth angeschaltet sein. Und ihr seht schon hier einmal den Router auswählen und das WLAN-Passwort eingeben. Dann könnt ihr zwischen der intelligenten Kopplung oder einer manuellen Kopplung auswählen. Ich mache jetzt intelligente Kopplung, weil ich hier mehrere Lampen habe. Und jetzt steht hier, bitte einmal aus- und einschalten. Das mache ich jetzt einmal aus- und wieder einschalten. Und dann sind die Lappen so gesehen auch bereit zum Hinzufügen, dann auf Starten klicken. Und jetzt dauert es ungefähr eine Minute, kann auch schneller gehen, dass hier die Lappen über Bluetooth gefunden werden. Und dann werden diese mit den passenden WLAN-Daten, ja so gesehen, versorgt. Und dann sind diese über euren Router verbunden und können in der App entsprechend gesteuert werden. Bei mir sind jetzt alle drei Lappen schon hinzugefügt. Einmal der Lightstrip, die Filamentlampe und hier die E27. Das heißt, ich kann jetzt hier schon auf Beenden klicken. Könnt ihr jetzt hier noch ein anderes Icon auswählen, aber ich denke mal, die App hat hier schon eine gute Vorauswahl getroffen. Und wenn ich jetzt sage, ich will das jetzt auf jeden Fall behalten, springt ja jetzt nicht rum, ist aber auch nicht so wichtig. Dann habe ich jetzt hier die entsprechenden Leuchtmittel hinzugefügt in meinem Wohnzimmer. Und jetzt kann ich halt sagen, dass ich hier die Farbtemperatur entsprechend verändern möchte. Kann die Helligkeit verändern. Oder hier über diesen mittleren Button lassen sich auch noch verschiedene Szenen einstellen. Also hier ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Interessant ist natürlich auch immer hier die Farbwahl. Ihr seht, jetzt wird die Lampe in Rot dargestellt. Hier in Blau, Grün. Das heißt, die Farben werden auch relativ kräftig wiedergegeben. Das sieht man immer ein bisschen besser, wenn ich die Helligkeit auch runter mache. Und die anderen Lampen dazu mal auch ein bisschen dimmer. Dann kann man das immer ein bisschen besser sehen. So, die sind jetzt schon gedimmt. Die mache ich jetzt nochmal ein bisschen dunkler. Wenn ich jetzt hier die Lampe auswähle und sage, ich will eine andere Farbe einstellen, dann kann ich hier auf Grün wechseln, auf Blau wechseln, auf Rot. Das heißt, die Funktionen sind so auch von Philips Hue bekannt. Allerdings ist die App immer ein bisschen anders. Wie gesagt, sind ja zwei verschiedene Produktserien, aber der gleiche Hersteller. Und falls ihr sagt, ihr wollt eine Szene speichern, euch gefällt jetzt diese Szene hier, könnt ihr dann das auch immer noch abspeichern. Natürlich könnt ihr auch hier verschiedene Rhythmen erstellen, einen Zeitplan erstellen. Die einzelnen Leuchtmittel lassen sich hier noch mit einem Symbol ändern. Also ihr habt ja schon eine richtig große Auswahl. Auch das Einschaltverhalten kann man hier entsprechend steuern. Zum Beispiel den letzten Status. Das heißt, wenn ich das einstelle, die Lampe aus und wieder einschalte, dann wird hier der letzte eingestellte Farbton wiedergegeben und die Helligkeit entsprechend auch wieder angepasst. Und das ist eigentlich eine relativ coole Sache. Ja, die App an sich ist so ein bisschen zur Erkundung, sage ich mal. Ist jetzt nicht alles auf der Startseite zu sehen, aber man kann sich hier relativ schnell reinfuchsen und bekommt auch so die wichtigsten Sachen schnell raus. Ja, ansonsten, natürlich, falls ihr dazu Fragen habt, könnt ihr gerne in die Kommentare stellen. Ich denke mal, dass ihr jetzt auch so einen leichten Überblick über das WIS-System bekommen habt. Wie gesagt, alle Lappen hier vorstellen, da würde ein bisschen lange dauern, aber so habt ihr zumindest schon mal einen ersten Eindruck. Abonniert gerne den Kanal, wenn euch das Video gefallen hat und dann sehen wir uns beim nächsten Video hier auf dem Kanal wieder. Bis zum nächsten Mal.